Danke für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir leben in einer Welt im Wandel. Megatrends sind der demografische Wandel, die digitale Revolution, Globalisierung, vieles mehr. Und Politik muss diese Trends gestalten, damit wir den Wohlstand sichern können und unsere Art zu leben für die Zukunft auch erhalten können. Und wir als Union wollen gestalten. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir stellen uns dieser Verantwortung. Andere tun dies nicht. Andere sind sich noch nicht so ganz sicher. Aber Union und SPD haben eine wirklich gute Basis mit dem Sondierungsergebnis geschaffen für eine mögliche schwarz-rote Koalition. Denn wir geben die richtigen Antworten, die den Menschen nutzen. Wir wollen unser Land zusammenführen statt spalten. Deswegen setzen wir auf Entlastungen, auf echte Entlastungen, mehr Unterstützung für Familien und auf mehr Sicherheit im Alter. Wir sind diejenigen, die beispielsweise für Entlastungen sorgen mit dem schrittweisen Abbau des Solis. Wir haben es vorgemacht im Bereich der Rente. Hier haben wir 0,1 Prozent letztendlich des Rentenversicherungsbeitrags zurückgeführt. Genau das wollen wir jetzt auch beim Arbeitslosenversicherungsbeitrag machen mit 0,3 Prozent. Eine echte Entlastung für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Und lieber Kollege Kurt, wir hätten das natürlich auch mit Ihnen machen können. Aber Sie waren es letztendlich die Grünen, die sich dem verweigert haben, den Arbeitslosenversicherungsbeitrag entsprechend auch zu senken. Und deswegen setzen wir auf eine Entlastung der Beitragszahler auch mit einer Rückkehr zur Parität, zur gleichen Finanzierung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, was die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung angeht. Wir wollen den Fortschritt gestalten. Wir sind uns sicher, die Zukunft einer Nation wird in den Klassenzimmern, in den Laboren entschieden. Und deswegen wollen wir wuchtige Investitionen vornehmen, gerade im Bereich der Bildung und im Bereich der Forschung. Natürlich wissen wir auch, dass die Digitalisierung vor dem Arbeitsmarkt nicht Halt machen wird. Aber Digitalisierung immer nur angstvoll zu beschreiben, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, die Herausforderung der digitalen Revolution zu gestalten, als Chance für mehr Arbeit und für bessere Arbeit zu begreifen. Und deswegen wird in einer wandelnden Arbeitswelt natürlich die Weiterbildung einen höheren Stellenwert einnehmen. Dem stellen wir uns auch die betriebliche Weiterbildung. Diese soll weiterhin stattfinden im Betrieb. Das ist Aufgabe, aber dort passgenau zu unterstützen, wo Betriebe Unterstützung bedürfen. Das ist unsere Aufgabe. Dem stellen wir uns in diesem Bereich. Und wir wollen Arbeit, Wachstum und Wohlstand sichern. Deswegen verschreiben wir uns dem Ziel der Vollbeschäftigung. Das ist richtig. Wir wollen die Sozialabgaben kraftvoll auf 40 Prozent halten und unsere erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik letztendlich fortsetzen. Aber wir wissen auch, Deutschland ist erfolgreich, aber nicht jeder in Deutschland hat in gleichem Maße Anteil an diesem Erfolg. Dies wollen wir ändern, gerade in der Arbeitsmarktpolitik. Und deswegen nutzen wir verstärkt die Möglichkeiten, Perspektiven gerade für Langzeitarbeitslose zu öffnen und Brücken zu bauen. Dafür wollen wir über eine Milliarde zusätzlich an Geld in die Hand nehmen. Das ist das zentrale Ergebnis der Sondierungsverhandlungen zwischen SPD und Union in diesem Bereich. Ich denke, das ist ein gutes, weil wir gerade den Menschen hier weitere Möglichkeiten eröffnen. Teilhabe zu haben am Arbeitsmarkt. Dies wollen wir gestalten. Und entscheidend ist für uns, immer eine gute Zukunft zu erreichen. Das ist eine Frage der Ordnung der Wirtschaft, sicherlich. Aber es ist auch eine Kulturfrage. Und deswegen setzen wir auf Aktivierung statt Alimentierung. Dafür unterscheiden wir uns auch von den Linken. Wir setzen auf Anreize statt Verbote und privat vor Staat. Und das sind die Prämissen, unter denen wir erfolgreiche Unionspolitik gestalten. Herzliches Dankeschön.